Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat die größte Bestellung seiner Geschichte eingefädelt. Der US-Investor Indigo Partners will auf einen Schlag 430 Mittelstrecke-Niets aus der A320-Neo-Familie kaufen. Das teilte die Unternehmen bei der Unterzeichnung eines Vorvertrags am Mittwoch auf der Luftfahrtmesse in Dubai mit. Laut Preisliste hat das Geschäft einen Wert von 49,5 Milliarden US-Dollar, 42,2 Milliarden Euro, bei Aufträgen dieser Art sind jedoch hohe Rabatte üblich. Die Chits sollen bei Indigo Partners Billigfluglinien Frontier Airlines, USA, Chitsmart, Chile, Bolaris, Mexiko, und Witz Air, Ungarn, zum Einsatz kommen. Mit dem historischen Deal zieht Airbus bei der Dubai Airshow an seinem US-amerikanischen Erzrivalen Boeing vorbei. Sollte Indigo Partners den Vorvertrag noch vor dem Jahresende in eine verbindliche Bestellung umwandeln, würde dies dem von Korruptionsermittlungen erschütterten europäischen Konzern deutlichen Rückenwind verschaffen.